Gespannt schauten sie den letzten und somit entscheidenden Teil, während er, ohne dass sie es bemerkte, sie musterte und immer mal wieder ein leichtes Lächeln seine Lippen umschmeichelte, während er mit ihren Haaren spielte. Sonst mochte sie dies überhaupt nicht, da immer so viele Knoten dadurch hereinkamen, aber damit wollte sie ihn jetzt nicht abschrecken. Zu sehr genoss sie diese Berührungen und Gesten, weswegen sie dies durch das Suchen seiner Hand und dem Streicheln über seine Brust auf eine Art und Weise zurückgeben wollte. Als der Abspann anfing zu laufen, raffte sie sich auf und schaute ihn ohne Mimik an. Und wie fandst du es? fragte Erik freudig und strich ihren Rücken schnell auf und ab. Gut, brachte sie kurz angebunden mit gerunzelter Stirn raus. Aber, fragte Erik mit schmerzverzogenem Gesicht, nichts, erklärte sie hingegen locker und zuckte mit den Schultern. Ich muss das erstmal alles Revue passieren lassen in meinem Kopf und ordnen. Erst dann kann ich dir wirklich sagen, wie gut ich es fand. Brauchst keine Angst haben, mich auf ewig deswegen verachten, Dummerchen, lachte sie und streifte ihm kurz über die Nase. Ich und Angst haben, prustete er los und zog sie über sich. Er platzierte eine Hand in ihrem Nacken und zog sie weiter zu sich nach unten. Kurz bevor sich ihre Lippen berührten, hauchte er gegen ihre. Und dich verachten kann ich erst recht nicht. Ihre Mundwinkel schnellten nach oben, ehe sie ihre Lippen auf seine drückte und ihre Hände auf seinen Wangen platzierte. Es war zu verrückt. Sie sah ihn gestern zum ersten Mal, weiß seit gestern sicher, dass sie in ihn verliebt ist und seit ein paar Stunden, dass er sie ebenso liebt. Trotzdem liegen sie hier und verhalten sich, als hätten sie sich unter normalen Umständen kennengelernt und sich schon tausendmal gesehen, bis es zu diesem Gefühl kam. Aber warum musste man immer alles so machen, wie es normal war? Man kann nicht alles bestimmen. Als sie den Kuss wieder löste, ließ sie ihren Blick auf die Uhr schweifen und musste mit Erschrecken feststellen, dass sie sich schon auf dem Weg zum Bahnhof machen musste. Was ist? fragte er und schaute sie fordernd an. Ich muss los, erklärte sie kleinlaut. Nun schlug auch seine Miene um und ein kurzes Oh kam über seine Lippen. Sie nickte nun niedergeschlagen, ehe sie ihm einen kurzen Kuss gab und letztendlich aufstand. Ohne ein weiteres Wort ging sie ins Schlafzimmer und holte ihre Tasche, die schon fertig war. Brauchst du nicht noch was für die Fahrt, etwas zu essen oder trinken? fragte er, während er behutsam an ihren Rücken fasste und mit ihr in Richtung Wohnungstür ging. Sie schüttelte nur mit dem Kopf. Nein danke, die Stunde schaffe ich auch noch so. Okay, antwortete er und sie zogen sich Jacke und Schuhe an. Fast waren sie aus der Wohnungstür raus, als es ihm wieder einfiel. Moment, rief er und verschwand wieder in der Wohnung, während sie ihm verdattert nachblickte. Was hatte er denn nun schon wieder vor? Aber kurze Zeit später kam er schon wieder mit einem dünnen Paket hinaus. Was ist das? fragte sie sofort und fasste an seinen Arm, aber er streckte es ihr schon entgegen. Der Kalender, den ich dir schicken wollte, aber du wolltest mir aus lauter Paranoia deine Adresse nicht geben, grinste er und stupste ihr mit den letzten Worten auf die Nase. Ein kurzes Grummeln kam von ihr, als sie das Cover des Adventskalenders musterte. Oh, danke Erik, wirklich danke. Du hast hier tatsächlich mein Lieblingsanime gemerkt, platzte es vor lauter Euphorie aus ihr hinaus. Aber der war doch sicherlich gar nicht hier in Deutschland zu kaufen, oder? fragte sie leicht betrübt mit großen Augen. Ich gehe eh nie raus, also konnte ich auch so per Mausklick das Ding kaufen, lachte Erik, woraufhin sie ihm nur lächelnd um den Hals fiel und nochmals ein kleines Danke in sein Ohr hauchte. Als sie draußen auf der Straße angekommen waren, griff er sofort wieder nach Tatianas Hand und packte diese zusammen mit seiner in seine wohlig warme Jackentasche. Sie klammerte sich hingegen gar an seinen Arm und wollte, um ehrlich zu sein, noch gar nicht nach Hause. Dort wäre sie nur wieder alleine und hier ist es irgendwie gerade erst so richtig, richtig schön geworden. Sie liefen schweigend die Strecke zum Bahnhof und schauten sich nicht an. Irgendwie wollte sie mit keinem Wort diesen Moment zerstören, ihn einfach nur noch so lange genießen, wie sie konnte. Eine Weile umgab sie eine völlige Stille, denn sie gingen durch Seitenstraßen, doch je näher sie dem Zentrum kam, desto lauter und unruhiger wurde es. Durch seine Körperhaltung, die sich deutlich irgendwie immer mehr verkrampfte, konnte sie spüren, dass er so ein Getümmel wohl gar nicht mochte. Genau wie sie. Deswegen lief sie ganz oft mit Kopfhörern in den Ohren durch die Stadt, um sich ein kleines bisschen Persönlichkeit zu bewahren. Doch nun war sie hier mit ihm und so verstärkte sie den Griff um seinen Arm, woraufhin er sie kurz ansah. Sie lächelte ihn aufmunternd an und er lächelte warm zurück, was ein leichtes Kribbeln in Tatjans Bauchgegend hervorrief. Die Luft war immer noch sehr kalt und biss sich gern ihre Haut, weshalb sie sehr froh war, als sie in die Bahnhofshalle kamen. Ihr Zug würde in zehn Minuten ankommen, weshalb sie noch ein bisschen drin bleiben konnte, zusammen mit ihm. Wollen wir vielleicht noch einen Kaffee trinken? fragte sie ihn und blickte dabei auf einen leeren Tisch, bei dem ebenso leeren Kaffee stand. Warum nicht? Kaffee kann man nie genug haben, grinste er und sie starb einfach schon wieder innerlich wegen diesem Lachen, diesem Lächeln, um welches sich ein Grübchen bildete. Er wollte schon bestellen, als sie sich von ihm löste und ermahnend die Hand hob, woraufhin er in seinem Wort innehielt und die Aufmerksamkeit des Verkäufers auf ihr lag. Zwei Kaffee to go bitte, lächelte sie zufriedengestellt den Verkäufer und Erik etwas frech, aber auch zugleich stolz an, weswegen er nur ergeben mit den Schultern zuckte und dabei eine Augenbraue hochzog. Als sie den Kaffee hatten, setzten sie sich auf eine Bank und tranken die lauwarme Brühe. Sie lehnte ihren Kopf an seine Schulter und sagte einfach nichts. Sie wusste nicht was und zugleich war sie so niedergeschlagen, dass sie einfach nichts sagen wollte. Ihm ging es wohl ähnlich, denn dafür hielt sie sich ebenfalls ruhig und schlang bloß einen Arm um ihre Schultern. Als sie den letzten Schluck genommen hatte und den Pappbecher in den neben ihr stehenden Mülleimer warf, stellte sie fest, dass ihr Zug in vier Minuten kommen würde. Lass uns mal zum Gleis gehen, sagte sie und er nickte zustimmend. Diesmal ergriff sie seine Hand und schon kurz darauf standen sie an diesem. Sie drehte sich zu ihm um und schlang ihre Arme um seinen Nacken, während sie ihren Kopf an seine Brust schmiegte. Er drückte sie fest an sich und strich mit der anderen Hand über ihren Kopf. War echt ein schöner Tag. Danke, dass du gekommen bist, hauchte er gegen ihren Kopf und drückte ihr einen Kuss auf diesen. Danke, dass du mich eingeladen hast, wies sie dem Kompliment aus. Immer wieder gern, lächelte er. Woraufhin sie zu mir aufschaute, sein Lächeln verschwand und ein ehrliches Ich liebe dich, kam über seine Lippen. Ich dich auch, gab sie wieder und ihr Blick hätte nicht mehr Verliebtheit ausdrücken können. Sie war einfach total verknallt mit den Schmetterlingen im Bauch, Herzrasen und allem drum und dran. Erik? fragte sie zaghaft. Hm? Brummte interessiert. Heißt das jetzt eigentlich, dass wir zusammen sind? Sie hatte sich schönere Orte vorgestellt, an denen eventuell ihre Liebe offiziell wird, aber diese Frage musste sie unbedingt noch klären. Er kicherte leicht. Ich schätze schon. Sie hörte im Hintergrund den Zug einrollen, weshalb sie sich ihr auf die Zehenspitzen stellte und nach einem Kuss verlangte. Ohne zu murren tat er ihr den Gefallen und steckte so eine Intensivität hinein, sodass ihr ganz schwindelig wurde. Aber immerhin war dies der letzte Kuss für einen längeren Zeitraum. Dann trennte sie sich und lief mit einem letzten Blick in diese blauen Augen, geschwind als letzte zu dem Zug. Sie stellte sich in den Eingang und klammerte sich an die Stange. Kurz bevor die Türen sich schlossen, rief sie Ich rufe dich an, wenn ich angekommen bin. Gut, das freut mich. Schöne Fahrt, wünschte er und sie wurden von der Tür getrennt. Ein paar Sekunden später setzte sich der Zug in Bewegung und sie winkte ihm. Als sie aus dem Bahnhof fuhr, machte sie sich daran, einen Platz zu finden, auf den sie sich schwer fallen ließ, als sie einen ausfindig machen konnte. Sie starrte auf einen unbestimmten Punkt in der Ferne und dachte sich, was hat dieser Mann in den letzten Stunden nur mit mir gemacht.